Hey ihr Kautzen und willkommen zu einem neuen Video. Heute, wie man hier sieht, malen wir. Ich mal mit meinem Vater um die Wette sozusagen. Also wir kriegen ein Thema. Das Thema heißt Frühling und wer halt was besser malt, der hat halt gewonnen. Und wer entscheidet, wer besser malt? Ihr. Ihr könnt das in den Kommentaren abstimmen. Oder ich. Nee, das ist unfair. Ja, Tuschkasten habe ich auch glaube seit 30 Jahren nicht mehr benutzt. Hallo, der hier ist noch von der fünften. Der sieht doch noch in Top Form aus. Genau, und Photoshop ist verboten? Genau, wir meinen hier nur so. Und los. Ich habe eine Idee. Und du? Ich habe überhaupt keine Idee. Ich weiß nicht mal, wie das hier geht. Ich schon. Ich habe ja schon, also ich habe so in letzter Zeit mal ich ein bisschen viel. Und ja. Ich mal erstmal so eine Sonne. Wie oft muss man eigentlich da so nachtuschen? Zählt eine Weile, wa? Ja. Kommt auf einmal, wie viel Wasser man nimmt. Das ist ja mal interessant jetzt hier, wa? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht mal. Also nein. just Herr ist es ich bin auch fertig das von mir das ist das da ein smiley und das ist von marlen was ist das konnte ich noch nie ich schon sieht man ja nicht schlecht aus hat das jetzt mal gemeint oder das war ich schon okay aber der schmetterling ist cool ihr könnt ihr jetzt noch abstimmen welches euch besser gefällt also entweder matthias oder malen könnt ihr unten reinschreiben in kommentare also ich finde meins besser und wenn euch das video gefallen hat oder euch sowas so gefällt so mit malen und so ich kann ja auch mal gegen mara oder jemand anderes und dann könnt ihr gerne einen daumen nach oben geben diesen kanal kostenlos abonnieren und falls ihr noch ideen habt was für challenges wir machen sollen oder irgendwas könnt ihr es auch gerne in die kommentare schreiben was war es jetzt hier vom video